Der erprobte Klassiker im neuen Look. Der rundum erneuerte, zuverlässige und energieeffiziente Klassiker ist der ideale Partner für den Einstieg in das Thema Gartenteich. Die Pumpen versorgen Bachläufe und Wasserfälle höchst effizient mit Wasser. Kraftvoll fördern sie auch stark verschmutztes Teichwasser in einen Filter. Alle Aquamax Eco Classic Pumpen stecken in einem neuen, organischen Design, das sich nahezu unsichtbar in Teiche und Bachläufe einfügt. Die erweiterte Baureihe verfügt nun über leistungsstarke Motoren bis zu 135 Watt. Mit ihrem besonders ausgeprägten Flügelrad fördern die Powerpakete bis zu 14 Kubikmeter Wasser pro Stunde. Sie sind unaufhaltsam, selbst beim Grobschmutz. Der großflächige Rundumfilter lässt bis zu 8 mm große Schmutzpartikel, wie zum Beispiel Fischkot oder abgestorbene Pflanzenteile durch. Dank des energieeffizienten Oase-Motors sind die Allrounder auf dem neuesten Stand der Technik. Der arbeitet besonders sparsam und reduziert dadurch effektiv die laufenden Kosten. Zusätzlich bietet die Environmental Function Control sicheren Schutz im Falle eines Trockenlaufs oder bei Blockierung. Die Pumpen schalten sich dann automatisch aus und verhindern so Beschädigungen am Gerät. Mit der Spezial-Stufenschlauchtülle können drei Schlauchgrößen an die Aquamax Eco-Klassik angeschlossen werden. Durch ihre kompromisslose Zuverlässigkeit und ihre hohe Energieeffizienz sind die erprobten Klassiker für den Dauerbetrieb geeignet. Ebenso ist der Einsatz an Schwimm- und Badeteichen möglich. Die Aquamax Eco-Klassik. Der leistungsstarke Klassiker. Jetzt rundum erneuert.